Sagt mal, vor kurzem waren doch Tiere bei euch in der Konfetti-Zaun. Könnt ihr euch da noch erinnern? Ja, da war so ein langes Viech mit so langen Haxen. Ja. Die Schlaffe war das. Genau. Und eins ohne Ohren. Das war ein Elefant. Mit einen Ohren drauf. Ein Elefant? Ja. Ein Elefant ohne Ohren. Aber bitte, das waren keine echten Tiere, das waren Schauspielerara. Dann sagst du mir ja schon alles. In einem Land der anderen heißt das Stück, das die Kinder der schwerhörigen Schule Wien einstudiert und aufgeführt haben. Und die waren auch bei Konfetti-Zaun zu Besuch. Und eine kleine Szene, die sehen wir jetzt. Lang schau ich schon hin, ob es ist ein Spelch. Oder Elefant, oder seh ich schlecht. Es ist ein Elefant, ein Rüssel ist davor. Ich glaube, du bist blöd, er ist doch ohne Ohren. Lang schau ich schon hin, ob es ist ein Spelch. Oder Elefant, oder seh ich schlecht. Ein Wesen läuft herum, es wirkt schon ziemlich dumm. Nein, das kann ja nicht sein, ich denke mir darum. Ein Tier ohne Ohr, kommt hier nicht vor. Ein Tier ohne Ohr, kommt hier nicht vor. Spielen. 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 Ein Zauberwort ist das. Spielen. 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 Ruhe, Ruhe, Ruhe in meinem Wald, Ruhe, 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 Ruhe muss hier sein, Au, 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 wenn jemand etwas machen will, rate ich ihm zu seinem Besten, er soll zuerst mit mir reden, sonst wird er meinen Zorn erleben. Ich bin der König in diesem Wald und will zu lautes Schalt und Halt.